Hi ihr Lieben, ich bin gerade in Quarantäne. Ich möchte euch mal eben zeigen, wie man ganz schnell, mit ganz einfachen Sachen, mit so einem Schaumstoffball, wirklich zuhause die Reflexe trainieren kann. Nennen wir es, Mini Boxsack oder wie ihr es auch nennen wollt. Banzerband braucht ihr und habt nur so einen Ball. Tennisball geht auch, aber ich finde der schwingt zu herbe. Einmal ein bisschen umschließen, das Ganze so einfach wie möglich. So, das war es schon. Den legen wir jetzt mal weg. Hängen wir irgendwo dran. So. Jetzt halt immer, machen wir irgendwo bei ihr. Wollen wir gleich noch einschleifen. Hängen wir ein Talane damit. Wollen wir noch schön fixieren. Und der Trainingsgerät ist fertig. Pass auf. Können wir wieder das Auge trainieren. Bumm. 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 Ausweichen. Zurück. Bumm. 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 so kostenlos effektiv macht spaß viel spaß